Ich gehe davon aus, ich lande dort. Ja, okay, sehr gut. Wahrscheinlich muss ich hier auch die Wand so machen. Dann irgendwie von da oben rüber zu fliegen. Whatever. Nein, das ist bloß in einer Richtung unmöglich. Okay. Immer mit der Ruhe, wir haben es ja gleich geschafft. So, ein bisschen Luft. Okay. Jetzt weiß ich nur nicht, was das hier alles so bringen soll. Ah, ich verstehe. Ähm, okay. Ja, höher geht es nicht. Das heißt, so an sich gehe ich davon aus. Das ist richtig. Ja, definitiv. Auf dem Geländer gelandet. Cool. Tja, dann mal volle Kraft voraus. Ja. Jetzt ist meine Seite dran. Natürlich. Machen wir dich bereit? Ja. Mei. Das ist jetzt nicht wahr. Hm. Nee, nicht auf mich zielen. Ah ja, doch hier. Hier hinten gerade zu zielen. Hier ist nicht schlimm. Oh, scheiße. Ähm. Ah, das war gut. Ah, fuck. Ähm. Moment. Gleich. Mann. Nicht mal, wir gehen, wir schaden geben. Ja, das... Äh... Ah, fuck. Na, schaffst du es auch bis hierhin? Oh, scheiße. Ah. Wack! Wack, wack, wack. Du hast mir die Pakete hingestellt, cool, kann ich wieder fahren Can we do this? Nein!! Scheiße! Ich hoffe, der kommt bis dahin... Nein! Scheiße! Mann! Nein, 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 nein! So, gleich hab' was! Ahhhh... Komm schon! Ja... Komm schon, komm schon, komm schon! Cool... Nein, ich auch nicht... So... Der ist irgendwie crazy... Hm... Nacht... Du bist ne Fehlfunktion... Ja... Einfach nochmal... Ähm... Wow... Shit... Ähm... Ähm... Ja... Wie war das jetzt nochmal... Du... Du suchst... Du bist nicht... Du... Nie... Du... 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 ... Ja... Yay! Geschafft. Jo. Ist nicht toll. Kann's gehen. Arsch. Ja. Das wär's dann gewesen. Das war wahrscheinlich der Basskampf. Es war der Basskampf. Okay. Ein bisschen Musik zum Abschluss. Schön entspannt. Tauchende Turrets. Das war eine hitzige Unterhaltung. Carat, Carat, iPod. Song Ghibli Christmas. Till I lost control. Press Space to exit. Okay. Das war's. Daumen nach oben. Ja, das waren dann 12 Angry Tests. Ich hab euch gehört. Meine Videos haben euch gefallen zu dem Spiel. Oder zu den Testkammern. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Sagt dann bis zum nächsten Projekt. Und Tschüssi. Ciao. So. So.